Tja Freunde, es ist wieder Freitag. Freitag gibt es ein Ständchen. Heute wieder mal ein Klassiker, habe ich mir da ausgesucht und auch wieder mal im Klavier. Und ich will gar nicht viel reden, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn man zurückblickt, dass man die Dinge loslässt und nicht im Groll seine ganzen Energien da rückwärts verschwendet, sondern eben schon nach vorne schaut und nach hinten einfach laufen lässt. Don't look back in anger, dachte ich, passt da ganz gut. Ein Stück von Oasis. Schauen wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Donne look back in anger, I heard you sing A song sadly can wait, she knows it's so late As she's walking on by, a song slides away Donne look back in anger, Donne look back in anger Donne look back in anger, mal ganz anders Also, seht nicht zurück im Geräusch, seht nach vorne Und wenn ihr schon zurückkicken müsst, ihr blicken müsst, dann durchatmen und laufen lassen Schönes Wochenende Ciao